Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online zusammen mit Maudado, Zombay und der Palette. Bewertet im Part und viel Spaß! Warte, da ist einer, da ist einer, da sieht's nicht kommen, da sieht's nicht kommen. Angriff! Hey, mein Chopper kann nicht fliehen. Zombay, ich seh das. Warum ist dir denn schon wieder ein Heli? Ich spawn in meinem Haus immer und die geben mir einen immer mit. Hol mich ab, komm mit. Hallo. Hey. Na, was geht? Fahne an. Du musst einsteigen, damit ich dich abholen kann. Ja, warte. Aua. Ich glaub, der will gar nicht einsteigen. Oh Mann, nein, warte. Ach, bitte. Ich wollte dich doch verfolgen. Aua. Aua. Mächtig. Nein, nein. Und weg. Hey, ich hab den Headshot gegeben. Ja, ich bin zu krass. Ach, Mann. Warte, komm. Schnell, lass mich einsteigen. Verfolg ihn, bitte. Mädee. Oh, oh. Au. Tja, das war schmerzvoller für dich als für mich. Mädee. Ja. Lande sofort. Aua, aua. Hi. Hallo, steck doch ein. Getackled. Dreh einmal. Oh, Mist. Okay, ich dreh. Bin gedreht. Was jetzt? So, und jetzt fahr uns zum Spaß. Oh Gott, zum Spaß. Oh Gott. Wir qualmen schon. Da steh ich auf der schwarzen Liste. Oh Gott, der Rotor fällt aus. Nein. Ach. Es ist doch nicht der Spaß. Wann ist der Spaß? Ich seh das Licht. Und da steht Spaß. Oh, Flugette. Ist es dein Freund Palette? Was? Die Flugette? Nein. Kenn ich nicht. Ich seh dich da nur rumstehen und einkaufen. Ja, was denn? Was macht ihr denn? Ich steh vor deinem Laden. Ach so, du stehst... Ach, hi. Hallo. Er will bei dir einkaufen. Ah, jetzt. Hallo. Toll, jetzt hat's geschlossen. Geil. Sorry. Na komm, dann fahr mich mal Palette. Okay. Oh, was ich mir geholt hab. Hilfe. Oh nein. Was? Wohin geht's den Paluten? Geht's zur Schule? Oder ist es ein Gefängnisbus? Oder wo bin ich denn hier eingeschrieben? Hier links. Hier. Hier links. Wo... Wo... Was ist dein Ziel? Ähm... Das werdet ihr gleich sehen. Ja. Aber vertraut mir einfach. Ja. Okay? Ich vertraue dir immer. Hier müssen wir links. Schwingt nach rechts. Ja, ich glaub... Er liest nebenbei die Karte. Ach so. Ja, ja. Ich muss das hier genau analysieren. Ui. Oh, die rufen den Tunnel. Haltet euch kurz fest. Ja, nehmt alles mit. Genau. Ist ein bisschen eng. Aber das hat die Stadt... Oh nee, ich war nicht angesteigt. Oh, Zombie. Hol ihn ab, bitte. Nee, scheiß auf ihn. Okay. Warte, ich hab ne Idee. Warte mal. Warte, warte. Nicht einsteigen, Zombie. Au. Ich muss da mal kurz Respekt beibringen. So. Hey, du kannst ihn doch nicht abfackeln. Doch, doch. Komm rein. Jetzt steigt er nicht mehr aus. Hallo, Mr. Busfahrer. Hallo, Zombie. Weiter geht's. Hui. Ja, fahr. Wartet. Wartet doch. Paulette. Und jetzt ne Drehung. Du weißt doch gar nicht, wohin. Eben. Oh, hey. Warte neben. Wollte ich doch gar nicht treffen. Ja, ja. Oh nein. Oh, komm. So. Sehr gut. Ja. Wir sind auf der richtigen Seite, die wo der entgegenkommt, oder? Ich auch nicht. Ich dachte, du kanntest ihn. Deswegen bin ich eingestiegen. Ich stand ein Bus und ich bin einfach reingegangen. Er hat mir aber Süßigkeiten angeboten. Aber es hat gar nicht süß geschmeckt, was er mir gegeben hat. So. Sondern er hat bitte Hilfe. Oh. Genauso. Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, keine Ahnung. Toll, fahre wir jetzt hier 10 Minuten durch diesen scheiß Keller. Ja, ich warte gerade darauf, dass er irgendwo parkt und keine Ahnung. Ja, was bringt das denn, dass ich hier nicht hier parke? Ja, du hast doch ein Ziel. Nein. Nein. Hallo, ich rede mit Paluten. Ich habe mir einfach einen Bus geschnappt und bin hier unten links gefahren. Ja, ist die U-Bahn. Oh. Oh, ausgestiegen. Nice. Fuck. Hallo. Oh, oh, oh. Mülle gemalt, weißt du noch? Ja, das waren Zeiten. Ein Mülleimer, Manuel. Ey, wir sind hier bei coolen Sprungschanzen. Ja, steig mal ein, Mann. Ja, ich mach mega Stunt. Okay. Ich habe sogar die Tür offen gelassen. Ja. Ey. So, jetzt haben wir Schwung. Ja. Und dann? Und jetzt Monsterstunt. Das ist ein Megastunt. Boah. Ja, ey. Oh, ey. 100 Punkte Landung. Meine Beine. Alter, guck mal, das Flugette wieder. Und so schließt sich der Kreis. Was ist das denn? Bei voller Geschwindigkeit. Hallo, Mann. Geht's dir gut? Ja. Ich glaube nicht mehr. Das ist Bettmobil. Nein, ne? Schöne, das Bettmobil. Frag ihn mal. Ich bleib bei ihm stehen. Er bleibt bei mir stehen. Guck mal, hier, hier. Yo. Hä? Ich geh auf den Beifahrersicht. Was ist das denn? Drück mal E. Hä, warum hat der? Aber das ist schwächer als das Raketenauto, oder? Ich weiß es nicht. Aber bei Weitem ist es nicht so cool. Das stimmt. Das Bettmobil ist schon echt cooler. Oh nein. Ich bring den Besitzer zu euch. Der ist bei mir eingestiegen. Bring den um. Dann gehört es mir. Ja. Krass. Das hat auch so eine richtig ekelhafte Wucht. Ja, weil es so ein fettes Auto ist. Ja, dass ihr mich nicht so vorne hochwerft mit der Schnauze. Oh, es ist cool, dass es das gibt. Aber man kann nicht das Fenster kaputt machen. Ist gepanzert. Oh, der hat Kopfgeld. Der hat Kopfgeld. Der, blaue. Der, der, der. Okay, warte. Oh, oh. Kopfgeld. Warte, ich mach das. Klär das. Habe ich nicht irgendwas anderem? Oh, ja. Hattest du Autoraketen? Ja. Ja. Habe ich jetzt? Ich habe gar kein Geld bekommen. Danke, Rekorsikois. Für das gute Auto. Ja, wenn du das hier siehst. Ja doch, 1000 Dollar. Schieß mich ab, Manu. Ja, warte. Dann fahr vor. Okay, ich fliehe. Ich muss mich treffen. Oh, ey. Nice. Alter. Was ist? Könntest du ein bisschen warten? Ja, ich habe auch einen Unfall gehabt. Ey. Was? Alter. Hä? Was, wie sieht ihr denn an? Polizei. Ja, die Polizei. Das wollte ich nicht. Ja, Polizei. Ja, schon wieder. Verschätzt mich. Rettet dich. Wie viel Gippen? Was soll das denn? Die Polizei sind meine Ablenkungsmittel. Da schon wieder. Ja, geil. Überall. Überall. Warte. Warte jetzt. Ja. Ja. Nein. Ja. Hui. Oh. Fass. Ey, das ist echt ein geiles Auto. Nein. Der kann einfach alles weg haben. Ist das krass. Aber ich habe es mir jetzt geholt. Bin jetzt auch Batman. Du hast es auf. Ach ja. Komm her. Komm. Kann das Flügel ausklappen? X. Nee. Hä? Ich stoße da vorne, wenn ich das mache. Was hast du denn da für eine Party angesammelt? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja. Die Marge gegen die Polizei. Oh, was hast du denn für ein cooles Postauto? Ah, komm. Ist irgendwie so. Ach nein. Nein. Warte. Jetzt wurde ich noch angestoppt. Oh, Leute. Hilfe. Gepackt. Das ist alles wie Spielzeug. Wie viel Polizei ist denn hier? Du hast da gerade richtig viel. Was gibt denn da bitte? Hä? Was? Hä? Hier sind locker 10 bis 15 Autos. Hallo. Hallo. Oh, guck mal. Da holt er sich auch so. Wie viele das sind. Fahr einfach weg. Ja, nimm mich mit. Okay. Danke. Kannst du es noch mal geben? Ja. Boah, hab ich nicht probiert. Nein. Das habe ich nicht getan, oder? Aua. Was denn? Warte. Wie viel Geld bekomme ich jetzt? 1000 Dollar nur. Wie viel hat es gekostet? Ich habe, oh Gott. Ich habe dabei nämlich mein Fahrzeug zerstört und muss jetzt 20.000 zahlen. Nein. Nitro, mich weg. Manu, los. Oder Maudado, gib Gas. Hupe. Schiss. Du bist davon umgefallen bei mir. Ich war mir nicht richtig weit weggeflogen. Nee, bei mir stehst du neben Maudado und läufst da auch rum. Ich bin ein paar Meter weiter hintergefahren. Ah. Ja. Oh nein. Wem gehört der? Mir. Nichts kommt diesem Anblick gleich, wenn du dich exakt auf das Ziel ausrichtest, allen Druck vor dir abfallen lässt und dann nur das Netz triffst. Besonders, wenn der Typ hinterher an dir es um ein paar Fuß verfehlt und sein fliegendes Masseker am Ring explodiert. Punkt zu Punkt Verwandlungsrennen mit Mild-Man. Außer dem dabei, Runa 2000. Beser, Blazer, Aqua und Hauler. Und Ruppet. Und mein jetzt Anfall. Oh, ich wette auf T-Term Let's Play. Ja klar, weil ich kann das noch. Und auf mich wette ich 100. Ich wette auf niemanden. Ich glaube nicht an euch. Ja, Leute. Da sind wir schon wieder. Na? Ich habe Angst. Wer ist das? Oh, einer hat coole Mucke dabei. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, 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 ja. Und jetzt schön nach vorne. Ja. Komm, komm, komm. Ich bin, ich bin erster. Wuh. Bitte nicht wegran, ja? Nein. Ja. Und alle kommentieren. Komm, sage ich das. Nummer zwölf. Alter, Space Tunnel. Oh, ist der geil. Hui. Wow. Hui. Hüi. Hör doch auf, nicht zu rammen, Zombie. Oh Gott. Oh nein, ich hatte einen Unfall. Ui. Oh nein, ich hatte einen Unfall. Oh nein, danke für einen Windschatten. Wir haben uns alle die ganze Zeit gewinnt, Chef. Wir werden aber unendlich schnell. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Das werde ich gewinnen. Das werde ich gewinnen. Warum ist mein Motor aber zu langsam? Wann kommen die Veränderungen? Alle rammen mich die ganze Zeit. Ich habe doch auch gesagt, bitte nicht schlagen. Und trotzdem achten sie es. Oh, oh, Verwandlung. Nein, oh Gott. Alle gegen die Wand. Ah, das ist das Hüpfauto. Okay. Dann nehmen wir das mal mit. Und wow. Der hätte jemand drüber hüpfen können. Nein. Ja, aber müsste man ja vorher wissen. Ah ja, nee. Es hätte ja nichts gemacht. So wie die da gerade. Den will ich nicht rammen. Okay. Der hat mich gerammt. Hallo. Ich glaube, wir müssen, oder? Alter. Wie schnell ist denn der Benjamin? Häh? Gut, einfach verarscht. Alter, wie macht er das? Ja. Wie macht er das, der Junge? Wer? Und da muss man da... Was ist das denn? Was denn? Ach so. Nee. Hä? Oh, oh, oh. Ja, ich habe es. Ich habe es. Aber der Typ ist immer noch vor mir. Der hat das auf jeden Fall schon mal gespielt. Ach, Mist, ey. Muss man da hüpfen? Ja, aber ich komme da gar nicht hoch. Wo denn? Wo seid ihr denn? Wo muss man hin? Ja, diesen Checkpoint da oben. Ja, wie kriegt man den? Nein. Ja, was? Oh mein Gott, das ist nicht wahr. Ach, man muss nicht reseten. Man muss von oben rein. Ach so. Ach, das habt ihr gar nicht gemacht? Nein. Nein. Du bist ja nicht. Hallo, Maudado. Hallo. Hallo, Palu. Nice. Will ich mal. Nein, ich will ich mal. Komm mal ein bisschen zu euch rüber. Hallo. Nein, bitte nicht. Komm, bitte nicht. Komm, bitte nicht. Nein, aber der soll weggehen. Ich will erster sein. Bitte. Nur da, du braucht doch Geld. Oh, oh. Da, oh, man wird ein Boot. Wir haben das Netz getroffen. Nein. Wir haben uns gegenseitig. Das ist, ich war dummiesisch. Schwein. Das ist unsere Chance. Das ist echt eure Chance. Ja. Wir haben fünf Minuten raus, dann ja. Ja, aber da ist schon einer. Wir haben echt die ganze Flugzeuge kackt. Das hat mich jetzt bestimmt eine Minute gekostet. Ich kann nicht sterben. Ich bin auch fünf. Ich weiß nicht, wie lang bei dir eine Minute ist. Nee, das ist kein Nitro. Ja, sagen wir mal, 30 Sekunden, ja. Es gibt... Oh. Ah, lol. Oh, wie cool ist das denn? Was denn? Mit E kann man die Reifen ausfahren. Hm? Also, so ein Blazer-Aquah. Ich habe einen Unfall. Genau, so ein Blazer-Ding. Oh, ich war mega unter Wasser. Krass, jetzt ruhig allerdings. Platz 6. Ach, ist das schade. Platz 10. Platz 15. Oh, da. Es gab 14 Leute, was? Die sind alle hier direkt beieinander. Ich bin der Truck. Ich auch schon. Ja. Oh nein, der eine will mich überholen. Oh, ist das schön. Fahrrad. Wir fahren Fahrrad. Unser Traum wird wahr. Da rechts war ein Turbostreifen. Oh, hier links auch. Man, ich brauche deinen Blöden. Ich habe einen Unfall. Ich bin tot. Alter, der Turbostreifen hat es ja gebracht. Ich fühle mich richtig schnell. Ich fuhre platt gemacht. Ja, guck mal, da kommen wir Fahrräder entgegen. Nein. Nein, Samme. Warte. Da war er. Oh, gosh. Wie dumm ist das denn? Das ist ja richtig gut. Ja, aber wie fahre ich denn schnell? Oh nein, als Fünfter beendet. Ich fuhre jetzt nicht siebter, oder? Würdest du auslachen? Wieso? Du bist doch Zehnter oder so. Ja, und? Vielleicht weh? Ja, und? Also mit e klingel ich nur. Nee, weh. Achso. Ja, weh. Wir haben schon ein Ziel, Manu. Nee, nee. Du mieses Schwein. Ich seh doch. Wie geht das denn? Nein. 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 Ey, das ist, das ist das traurig, ey. Das wäre richtig gut so, ey. Ich hab echt alles gedrückt. Keine Ahnung, ich hab mal mal Gas gegeben. Ich hab Schiff gedrückt, ich hab sogar mal Alt gedrückt. Die ganze Zeit weh gespammt. Immerhin war ich nicht letzter Platz 12. Nee, der letzte hat gerade das Fahrrad bekommen irgendwie. Jahrzehnte. Tipp da. Wow, und auf Manu wette ich nie wieder. Okay. Bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.